Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. Genau, hier fange ich an. Okay, da ist eine Plattform, da ist eine Kante, da ist eine Plattform. Ich denke, man muss irgendwie bestimmt nach unten. Ah, da ist eine Schnur, da kann man bestimmt dran ziehen oder hochhangeln, wie auch immer. Okay, das stecke ich als erstes ab. Mal gucken, ob hier was ist. Oh, kein Ding. Es bleibt dunkel, ne, also hier kann ich nichts erkennen. Na gut, dann springen wir zurück. Hier vorne war da auch eine Plattform. Dann checke ich mal die ab. Oh, Gefahr, Gefahr! Oh, jetzt geht's aber nicht los, ne. Ja, dann tätigen wir mal hier den Schalter. Gebel, wie auch immer. Was passiert? Irgendwie nichts. Ne? Uh, nicht voll. Ich dachte jetzt schon. Da ist auch eine Plattform. Auf dem Abschecken, ne. Das Problem ist, ich sehe nichts. Ja, schön, es hat Lara das Wack lang gemacht. Ah, wenn ich sie wegschmeiß, dann sehe ich was. Oh, oh, oh. Doch. Oh Gott. Hm, ein bisschen hoch. Was meint ihr? Ah, ich checke nochmal ab, ob es eine andere Alternative irgendwo ist. Was? Da unten so eine Plattform. Okay. Da ist eine Plattform, die sieht ja interessant aus. Die komme ich da hin gar nicht. Da ist auch so ein... eine Schnur. Vielleicht. Soll ich da einfach mal drauf springen? Hm. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Ist hier hinten noch etwas? Aber ich sehe ja nichts. Ich lasse mich mal bis zur Kante hier. Ah doch, das könnten wir mal machen. Ja. So. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Ah ja. Das gilt ja noch. Aber... Da muss ich bestimmt hin. Ah ja. Okay. Komm, wir gehen erstmal hier runter. Ja, ich mag es nicht, wenn ich nichts sehe. So wie hier zum Beispiel. Oh, da hat sie so Energie verloren. Klar erzielt. Ah, hier hatten wir schon mal eine... Weiß nicht. Bank, sagen wir mal. Ah, ich höre was. Ja, wo seid ihr denn? Ja, da oben. Ich höre mal da was. Ich nehme mir auf alle Fälle ein bisschen Energie. Komm. Ein bisschen Energie nehme ich mal zu mir. Ich meine, das macht die ganze Sache hops verdrückt. Ein bisschen spannender. Keine Frage. Okay, aber... So was finden wir denn da? Muni und sonst nichts. Hm. Ich habe doch irgendwo so ein Seil gesehen, ne? Seil, ne Stange, whatever. Okay. Hallo. Hä? Ich habe doch vorhin... Bin ich ganz verwirrt? Was haben wir denn da? Ein Kreuz? Okay. Habe ich doch hier... Habe ich auch noch etwas gesehen. Da oben. Wie komme ich denn auf diese Plattform? Da oben ist Licht. Wie komme ich da hin? Kann man reinkriechen? Okay, komm, machen wir das mal. Äh, Krieg. Krieg. Okay. Habe ich hier etwas gesehen? Ah, okay. Das ist eine Luke bestimmt. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Aha, jetzt sehe ich was. Mal kurz abschecken. Ne, sonst ist hier nichts. Also ich muss irgendwie die Luke öffnen. Okay. So, ich möchte den Plan hier umsetzen. Ich möchte da drauf. Wie geht das? Hm. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie ist das Seite? So, jetzt. Mystisch gespänt, jetzt. Und wo ist das Seil? Wo ist die Stange? Ah, da ist eine Kante. Ah, hier ist eine Plattform. Okay. Wir schwingen wir mal da drauf. Liegt da was? Die eine ist rot, die andere ist grün. Schön. Kann man machen, ne? Kommst du da drauf? Nee, das schaffst du nicht. Aua! War doch nicht Glück gehabt. Tja. Und nun? Ich hab irgendwo eine Kante gesehen, ne? So verbrennt sie hier nicht. Da oben ist die Stange, oder? Sag mal, das Seil ist keine Stange. Okay, ich muss auf jeden Fall nach oben. Definitiv. Tja. Da oben ist die Stange. So, dann wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwie etwas besonderes ist. Ich mache nochmal eben die Fackel an und schaue mich mal hier so ein bisschen um. Also ich kann jetzt hier nicht Wildes erkennen. Doch, ich kann was erkennen. Das könnte doch, glaube ich, schon reichen, dass ich hier am Seil komme. Ja! Puh, das ist aber auch Messerschneide, würde ich sagen. Aber er hat funktioniert. Und das ist ja jetzt die Hauptsache. Ich würde sagen, ich gehe mal hier so ein bisschen weiter nach oben. Machen wir ein wenig Licht an. Wie war das nochmal? Eine richtige Taste sollte ich drücken. Ne, hier haben wir nichts. Da können sie sich vielleicht hier hangeln. Ah, hier ist ein Schalter. Cool. Ich hoffe mal, dass die erste Tür oder die erste Klappe rausgeht. Äh, passiert nichts, ne? Oh, 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 oh. Und what now? Ah, da hinten ist noch ein Schalter. Könnt ihr den sehen? Ich denke mal, ich muss... Ne, den habe ich ja schon betätigt. Der ist ja außerdem auch unten. Kann man ja gut erkennen. Ich habe nur die gute Frage. Wo muss ich jetzt hin? Ja, ist da eine Plattform. Ist ein bisschen weit weg. So, ich bin jetzt eigentlich ehrlich gesagt. Hier kommen halt einer am Ende. Also die Tür ist zu. Das kann man ja gut erkennen. Und die Tür da hinten ist auch zu. Ich denke mal, da komme ich auch mit dem normalen Jump hin. Aua. Ah, ohne Aua. Okay. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Und da, wo ist das? Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Also mit dem Schaukeln, das habe ich noch nie, noch nie so ganz verstanden. Da reicht wohl meine Physikkenntnisse nicht für. Ah ja, komm. Jawoll. So, was soll ich hier? Ist eigentlich nur so ein bisschen just for fun, hier kann das sein. Also irgendwie kann man hier machen nix. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da oben war ich ja vorhin, da habe ich eigentlich alles abgeschickt. Hm. So, ich würde sagen, ich mache mal jetzt hier so einen kleinen Schnitt, weil ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumeiern, ein bisschen suchen und melde mich dann wieder, sobald ich was gefunden habe. So, bis gleich. So, äh, jetzt muss ich mal eben selbst überlegen, wo ich jetzt hier stehen geblieben bin, weil für mich ist jetzt, äh, einige Zeit vergangen. Es ist immer noch dunkel. Hm, das ist doof. Äh, was muss ich tun? Ah, wo war ich denn? Ich war da oben, da, da, da. Ich denke mal, ich denke mal, ups, ich sehe ja mal gar nichts hier. Ich sehe nichts. Hier ist stockdunkel. Ich denke mal, ich werde das bei einem Video schneiden, ein wenig auffällenderes Bild. Aber es ändert jetzt auch nichts an der Tatsache, dass ich gar nichts sehe. Ich muss, glaube ich, wieder nach oben. Irgendetwas war doch jetzt, ne? Ich werde mal jetzt hier im Dunkeln irgendwie versuchen, nach oben zu springen. Nee, zu sehr rum, ah ja. Dann mache ich noch einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, wenn ich oben bin. Also das Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut. Außer, dass ich gar nichts sehe. Ich mache mal eben meinen Monitor ein bisschen heller. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was rausholen. Ja, so sehe ich wenigstens ein paar Umrisse. Äh... Ich glaube, ich muss nach oben. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Die Tür muss ja aufgemacht werden. Nee, halt, stopp! Ich muss jetzt gar nicht nach oben, ne? Ich muss einfach hier noch am Hebel ziehen, meine ich. Das war doch diesmal, glaube ich, ganz einfach. Ja, tut's hier nicht so. Unterm Strich will ich ja, dass die Tür hier aufgeht. Okay. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich oben bin, weil das andere hat jetzt keinen Zweck. Ups. Ja, ich sehe einfach nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Äh... Darüber, darüber... Hm, wie muss ich tun? Da drauf... Wie war der Weg nochmal? Darauf bringt nichts. Da drauf... Und dann... Puhuhuhuhu. Ich versuch's einfach mal. Oder auf die Plattform hier. So, ich bin oben. Ich habe es endlich geschafft. Über dieses Seil habe ich mich hier rübergehangelt. Und bin jetzt endlich oben. Ich denke mal, die Aufnahme habe ich nicht drin. Das müssen wir jetzt einfach mal glauben. Dass es jetzt endlich funktioniert hat. So, ich... Also ich hoffe mal, wenn ich den Schalter hier tätige, das dann... Ja, es geht natürlich auch. Nur die Frage, welche. Ich gehe einfach mal wieder nach unten und schicke die Lage. Hier muss noch ein tiefer. Ja. Ich glaube, hier kann ich so runter. So, ich hoffe mal, dass die Tür jetzt offen ist. Und, und. Jawoll. Aber bevor ich da reingehe, mal lieber abspeichern. Oha. Ah, irgendwie habe ich es auch geahnt. Dass jetzt was passiert. Ich weiß nicht warum, aber ich... Das hatte ich so ein Gefühl. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay. Oh, ja, 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 ja. Aber knapp, ne? Oha. Uhu. Das ist schon gefährlich hier. Das hat doch mal Energie, wenn ich geschaut. Oha, da habe ich noch mal Glück gehabt, ne? So, und das war's. Ein... Ein Midi-Pack. Was haben wir hier? Besonderes, oder? Ah, eine Fackel. Ja, machen wir es mal an, ne? Und, habe ich jetzt Licht? Ja, immer doch kein Licht. Hahaha. Ja, gut, was soll ich damit jetzt machen? Und? Ja, ich dachte mir so Holz könnte brennen, ne? Schön. Das sieht doch mal nice aus hier. Ja, toll, jetzt brennt es. Auszubrennen und bumm. Ja, okay. Kann man auch so lösen. Ja, aber momentan, ne? Ahahahahaha. Wer mich tut es? Wer da was bei dir? Seid ihr Wesen? So alt Elgin? Strügelade, das Feuer. Geht ihr überhaupt tot? Ja, und jetzt? Äh, Spiegelade. Okay, irgendwie gehen die nicht tot. Was natürlich schlecht ist. Wo sind sie denn hin? Wo sind sie denn? Zeig. Ja. Ja.